Ich begrüße die Industriemeister mal wieder ganz herzlich zu einem weiteren Video. In dieser Aufgabenstellung geht es darum, dass wir Rohre herstellen. Die Durchmesser der Rohre haben wir hier gegeben in der Tabelle. Nun sollen wir mit Hilfe dieser Tabelle den Modalwert bestimmen. Da können wir im Stichwörterverzeichnis unter Stichwort Modalwert schauen, führt uns auf die Statistikseite, wo wir herausfinden, dass der Modalwert nichts anderes als D ist. Nun könnt ihr in den Informationen bei euch dort auch nachlesen, dass D für häufigster Wert einer Messreihe steht. Jetzt können wir mal hier vorne das bestimmen, indem wir mal hier hinschreiben, Wert, was haben wir denn hier für Werte? Wir könnten aus der Tabelle entnehmen wir diese Werte heraus. 7,8, 7,9, 8 oder 8,1, 8,2. Jetzt können wir mal schauen, wie kommt wie häufig vor. Naja, dieser Wert kommt zweimal, dieser hier 5, dieser hier 6, 4 und 3, wenn wir uns hier mit der Tabelle beschäftigen. Dann finden wir heraus, dass der Modalwert nichts anderes ist als die 8,0, denn der kommt ja am häufigsten vor. Das ist ja der häufigste Wert einer Messreihe, wäre in diesem Fall 8,0. Somit schreiben wir D wäre 8,0. Bitte nicht die Einheit noch vergessen, es geht hier um Millimeter. Seht ihr in der Aufgabenstellung gegeben. Gehen wir weiter mit der Aufgabe B. Dort ist der Zentralwert gesucht, besser bekannt als Median. Kann man hier wieder auf der Statistikenseite finden. Und zwar ist der Median X wellig. Wie bestimmt man den wieder? Schaut ihr bei euch in der Formelsammlung. Dort steht geschrieben, mittlerer Wert der nach Größe geordneten Einzelmesswerten. Das bedeutet, diese ganzen Werte hier müssen wir zunächst mal nach Größe ordnen. Und davon der mittlere ist es. Fangen wir mal an mit 7,8. Wir müssen das zweimal hinschreiben, weil wir das ja zweimal haben. 7,9 wäre 5 mal. So würden wir dann die Werte ordnen. 1, 2, 3, 4, 5. 8,0 kommt 6 mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8,14 mal. Anschließend 8,23 mal. Ich schaue mal nach, ob alles stimmt. 1, 2, dann 5 mal. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das muss 4 mal. 1, 2, 3, 4. Anschließend 3 mal. Gut. Wir sind jetzt hiermit richtig. Und jetzt geht es los. Wie finden wir denn den mittleren Wert davon? Nun, wir streichen ganz einfach 3 Werte vorne, 3 Werte hinten. Wieder 3 Werte vorne, 3 Werte hinten. Bis wir uns so langsam nähern. Wir streichen jetzt nur noch 2 Stück vorne, 2 Stück hinten. Dann streichen wir 1 vorne, 1 hinten. Und jetzt fällt uns auf, dass diese beiden hier übrig geblieben sind. In diesem Fall 8,0 und 8,0. Das heißt, was tun wir, wenn 2 Werte übrig geblieben sind? Wieder könnt ihr bei euch eine IHK-Formel-Sammlung schauen, bei der Information. Denn dort steht ja, ist die geordnete Messreihe geradzahlig? Ja, in diesem Fall haben wir ja hier einen Wert übrig. Und hier, dann ist der Median das arithmetische Mittel aus den beiden mittleren Werten. Bedeutet nichts anderes, dass wir im Taschenrechner 8 plus 8 eingeben, anschließend geteilt durch 2. Das ist der arithmetische Mittelwert. Finden wir jetzt heraus, dass der Medianwert auch 8,0 ist. Keine große Veränderung. Falls wir halt andere Werte hätten wie 6, dann müssten wir 6 plus 8, wäre ja dann 14 geteilt durch 2, wäre dann 7. Somit sind wir auch fertig hiermit. Können weitergehen, Aufgabe C und D. Aufgabe C geht es um den arithmetischen Mittelwert. Das können wir hier vorne finden, wieder auf der Statistikseite. Das ist die Formel dazu. Ich schreibe zunächst mal auf. Gut, was bedeutet diese Formel? Naja, hier oben steht nichts anderes als 1 mal, und jetzt müssen wir eigentlich eine Klammer machen. XI steht ja für Einzelwert. Was haben wir denn für Einzelwert? Wir haben hier 7,8. Und sehr wichtig, das hier ist die Summe. Das hier, dieses Zeichen bedeutet Summe der Einzelwerte. Das heißt 7,8, anschließend plus 7,8. Dann geht es weiter. Was haben wir noch für Werte? Naja, anstatt, dass wir wieder 5 mal 7,9 hinschreiben, können wir auch 7,9 mal 5 machen. Plus 8,0 mal 6 und so weiter. Dann können wir hier die Klammer zumachen. Anschließend können wir geteilt durch. N steht für die Anzahl. In unserem Fall, wenn wir diese Anzahl mal zählen, das sind 20 Stück. Die 1 hier vorne kann man sich auch sparen. Das ist nur, also nur mal zur Erwähnung, das Ergebnis wird ja gleich sein. Wenn wir diese Werte im Taschenrechner dann eingeben, erhalten wir hier einen arithmetischen Mittelwert von 8,005. Auch bitte die Einheit nicht vergessen. Ich zeige euch gleich, wie man das auch im Taschenrechner eingibt, ohne dass man das hier quasi so zu Schritt löst. Machen wir als nächstes. Ist die Standardabweichung gesucht hier? Könntet ihr auch wieder Stichwort Standardabweichung. Eigentlich findet ihr hier alles auf der Statistikseite. Das ist die Formel dazu. Somit wäre hier in diesem Fall S nichts anderes als 1 wieder durch N minus 1. Dann die Summe hiervon. In Klammer gesetzt hoch 2. Bitte die Wurzel auch nicht vergessen. Nun können wir hier die Werte auch einsetzen. N ist ja 20. Insgesamt haben wir anschließend wieder mal, Klammer auf. x i minus x, der erste Wert. Einzelwert 7,8 minus Mittelwert wäre, haben wir ja ausgerechnet mit 8,005. Anschließend wird das quadriert. Jetzt dürfen wir weiterhin nicht vergessen, das hier bedeutet ja die Summe. Das heißt, wir machen weiter mit dem nächsten Einzelwert, der auch 7,8 an der Reihe wäre. Minus, Klammer auf, minus 8,005, Klammer zu und so weiter. Dann machen wir Plus, anstatt das alles aufzuschreiben, beenden wir das einfach, indem wir hier Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen hin tun. Dann dürfen wir hier die Wurzel noch nicht vergessen. Wenn wir all diese Werte jetzt im Taschenrechner quasi eingeben, erhalten wir hier 0,123. Bitte auch die Einheit nicht vergessen. Jetzt kommen wir zu dem Teil, wo ich euch das zeige, wie man diese Werte mithilfe des Taschenrechners ausrechnet. Da bitte ich euch im Taschenrechner auf Menü zu gehen, anschließend auf die Zahl 6, denn das ist Statistik. Dann geht ihr auf die Zahl 1 für Variable. Falls ihr keine zwei Spalten habt, dann bitte ich euch einfach in der Playliste in dem ersten Video anzufangen. Dort habe ich das halt in Ruhe alles erklärt, wie man hier die zweite Spalte aktiviert. Das muss man nur einmal machen und dann ist das quasi immer da. Ich gehe kurz hier oben, damit ich die Werte sehe. Gut, gehen wir nun die Werte ein. Wir haben 7,8. Anschließend 7,9 würden wir eingeben. 8, 8,1 und 8,2. Dann gehen wir rüber. Beim 7,8 haben wir 2 mal. Dann haben wir 5 mal 6, 4 und 3. Den arithmetischen Mittelwert kann man auch ganz normal mit dem Taschenrechner vielleicht lösen. Einfach alles zusammenaddieren durch die Anzahl. Das ist ziemlich einfach, aber die Standardabweichung ist ein bisschen komplizierter. Deswegen hier geht ihr einfach auf OPTN. Dann geht ihr auf die 2 wegen dem Variable ausrechnen. Dann habt ihr hier ganz, ganz oben arithmetischer Mittelwert. 8,005 habt ihr sofort quasi gegeben. Und die Standardabweichung, dann müsstet ihr einmal auf den Pfeil nach unten. Hier vorne dieses SX ist die Standardabweichung 0,123. Hier findet ihr auch den Medianwert 2 in diesem Taschenrechner mit 8. Ich empfehle trotzdem nicht zu einfach zu oder nicht zu voreilig zu sein. Zunächst mal, wenn man hier im Statistikbereich ist und damit fertig ist, dann drückt man wieder auf Menü und dann geht man auf die 1. Denn 1 steht für quasi ganz normale Wiederberechnungen. Somit haben wir alles hinter uns. Jetzt könnten wir ganz normal was ausrechnen. Nun zu der Schreibweise. Den Medianwert, und zwar dieser hier, kann man tatsächlich mit Hilfe des Taschenrechners auch ablesen. Ja, ich empfehle das aber nicht. Denn die Prüfer wollen sehr, sehr häufig diese Vorgehensweise sehen. Nicht einfach aus dem Taschenrechner ablesen, sondern das hier. Deswegen zeige ich euch auch, wie man quasi zum Beispiel hier arithmetischer Mittelwert und Standardabweichung, wie man das schreiben müsste, einfach nur ein, zwei Werte eingeben. Und dann macht ihr hier Pünktchen, 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 genauso wie hier. Die Werte kriegt ihr dann aus dem Taschenrechner dann heraus. Ich bedanke mich weiterhin vom ganzen Herzen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.